Seit Sommer vergangenen Jahres wird der unter Denkmalschutz stehende Plenarsaal des niedersächsischen Landtags umgebaut. Hinter Gerüsten und weißen Bauplanen versteckt ist der Rohbau inzwischen so weit geschafft, dass am Montag auf der Baustelle sogar zünftig richtfest gefeiert wurde. Nun hört meinen Rischbruch zu, sodass die Zeit vergeht im Nu. Denn gutes Bier und lecker Schmaus wartet schon hier im Rohbauhaus. Etwa 350 Gäste waren einer Einladung des Landtagspräsidenten Bernd Busemann zum Richtfest gefolgt. Unter ihnen Bauleute und Parlamentarier, aber auch Anwohner aus der Umgebung des Landtags, die wahrscheinlich weitere eineinhalb Jahre Baulärm und Schmutz werden ertragen müssen. Anfang dieses Jahres gerieten zunächst die Abrissarbeiten am Plenarsaal plötzlich ins Stocken. Die alte Betonfassade war in einem schlechteren Zustand als erwartet. Die maroden Außenwände mussten einer zusätzlichen Betonsanierung unterzogen werden. Das alles war nicht geplant, hat aber offensichtlich dank guter Organisation und Planung weder den Zeit- noch den Kostenrahmen gesprengt. Die Freude und Erleichterung über den geplanten Verlauf des Baugeschehens ist besonders auch dem Bauherrn auf dem Richtfest anzumerken. Wenn ich jetzt nur mal den Bauprozess sehe, dann darf ich sagen, nach all der langen Vorgeschichte, wir liegen im Fahrplan, wir liegen auch im Kostenrahmen. Aber Richtfest ist ja was ganz Besonderes. Und Parlamente werden selten neu gebaut, manchmal nur alle paar Jahrhunderte. Und wenn es dann Neubau, Umbau gegeben hat und es gibt ein Richtfest, dann ist es ein einmaliges Ereignis. Das sage ich auch als Parlamentarier. Ich habe das bislang noch nicht erlebt und wahrscheinlich, wenn alles gut geht, wird es auch nicht mehr dazu kommen. Richtfest bedeutet aber auch, dass ein bestimmter Bautenstand auch erreicht ist. Wir haben jetzt schon im Bereich des Portikus eine Portikushalle mit einem Glasdach versehen. Das Dach über dem neuen Plenarsaal wird möglicherweise noch vor Weihnachten installiert werden. Also wir haben einen sehr guten Status bis jetzt erreicht und drücken natürlich die Daumen. Und da muss ein zünftiges Richtfest auch ein bisschen dabei helfen, dass dann die nächsten Monate alles gut geht, dass wir pünktlich fertig werden, dass wir im Kostenrahmen bleiben. Die Voraussetzungen sind da, aber die letzte Sicherheit hat man ja immer erst, wenn es dann wirklich fertig ist. Und Baukommission und Bauherr sind guter Dinge, dass der Fertigstellung des Plenarsaals im Sommer 2017 nichts mehr im Wege stehen sollte. Dann gibt es wieder einen Grund zum Feiern, vielleicht sogar mit noch mehr Gästen. Vom Hage, Blitz und Feuersbrunst schützt es Gott mit seiner Gunst. Es sei dem Haus stützt glückbeschieden und dauerhaft stehe es im Frieden. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus